Musik Das Land Südtirol investiert sehr viel in den Schutz der Ecosysteme, wie zum Beispiel in den Ehrhalt unserer schönen Seen. Aktionen wie die Einführung fremder Arten schaffen große Probleme für unsere Ecosysteme. Das Beheben dieser Schaden ist mit hohen Kosten verbunden, die von der gesamten Gemeinschaft getragen werden müssen. Ich lade daher alle ein, sie auch im Bereich Umwelt gewissenhaft zu verhalten. Musik 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 Musik